Musik 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 Wir stehen vor dem Fünften Kante Worden Der eigentlich der vierte ist Pflanzen Worden wir geben die team rein hier das ist ja und wir gehen in der rede rein machen das arena das ist einfach weggekickt von togekiss also bis bei dieser florischen echt belassen wenn wir mal so offen wenn wir gemacht überlebt überlebt habe ich gesagt ja ich habe wieder andere werte hast du die kann sein satz zehn jahr und die flor hattest du eben dass dieser flor die bisher flore ich gewandt ja 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 bei mir kommt ja so ein flora genau dieser florenflore und dann kaputt aber ich bin schon im kampf weiter ich brauche an du kampf gegen die flor und zehn jahre wie das ganz schön viel nein spiel was gar nicht hallo kommt der doppel kam der doppel kam die du musst das ist echt viel wort ich bitte fast gar nicht hallo also den muss man da bekam sogar machen habe ich denn hier durch ich habe mich verklickt mein gott kannst du das bitte nicht tun noch mal ich kann wo der energie war ich glaube dass man keinen unterschieden stadtform ist nur drei energie weil wir vielfach resistent dass man sehr großen das ist ja nicht immer dass wir so viel kohlen macht das leben der genau hat man kann man schon machen klar jetzt bin ich nicht so soll es rausgehen sagen wieso tauscht er nicht außer ich muss erst noch das raus wieso geht das nicht verstehe ich gar nicht hallo machte ich nicht mehr mich lustig meint nicht ja 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 nach rechts musst du oder nach rechts da nach rechts unten nach oben nach rechts nach oben ja komm aber du musst ja mal zeigen was du kannst wenn du jetzt wieder nicht besiegen kannst dann hat sie gerade nichts zu suchen und hier ist ein kokohai das gedacht habe ich keiner gedacht ja ich habe ich habe auch nicht verloren in mein leben ob so ein skeptisch auch da kann aber auch wirklich maximal nur zwei pokémon dann mit links angreifen ja bei den record und die schilder aber es hat auch die schilder die du haben kannst du 120er step ein paar oder mich auch über dem nein nein so wir sind bei erika wir waren ja ja wir warten auf an die natürlich eine 90 rechnen wegen dem scheiß hagel noch dass ich glaube dass in dem hektar ich sogar eine pflanze und ich wenn wir lieber dann gegen die gute madame erika die gute 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 erika haben wir gehen mit ok ich glaube ich denke ob der ob das kann ich ansprechen scheiwa das teams unhappy draft taken es schauer wird ist man nicht durchs wasserlaufen sondern du wachst du gar nicht draußen du warst doch in die ganze zeit man vielleicht geht das durch den pokal durch also wenn der pokal so unsicher ist dass das wasser reinläuft dann soll die klang machen wieder auf punktum bleiben können also muss ich denn jetzt schon wieder unten nach unten nach unten nach unten nach links nein einer nach oben links oben rechts nach unten nach rechts da oben dass er ja noch nicht mit wem liege das glock mal im regen stehen das freut sich körper sowie sich überhaupt freut das war nicht nicht ist die reise oder zwitschig wie heute mit turkis im bliebisbogen ich starte mit durm im bliebisbogen let's go ok are you ready ich spring einfach schon an hallo lovely weather isn't it it's so pleasant i'm afraid i might doze off my name is erika i am the leader of slavodon gym oh you are from roto you are from joto how nice oh i'm sorry i didn't realize that you wish to challenge me i know i have been training myself on not only flower arrangement not only flower arrangement but also pokemon battle i shall not lose ich hab bloß die eine zeile übersprungen ja du siehst das doch ja mit den lex sich das hier ist ehrlich immer alles sehe ich nicht die lex und jimkloch ja ich bin gespannt wie die arena wird aber ich bin ehrlich ich schätze die fast arena wieder sind als das sehr einfache arena ein verliebt aber es wird hey warum wir leben die alle bei dir und das ist egal für nun weil ich wieder aber die passen die auch nicht treffen damit 95 in euch das ist saufa ok ich hab jankloch und müssten sazina sind waren schon und einfach mit durch ich muss überlegen ob ich gerade auswechsel warum da ist sazina die hat safe no gift attacker ja safe no match bombardee wenn du nehmen kannst du dir sterben ja also nein holipur war es auch besiegt bei mir tangolos ist ja so durch siehst du ich spiele nicht ich mache immer nur ein taker ich habe bis jetzt drei tagen aber für drei pokémon gegen tangolos manchmal wieder tack jetzt ich habe eine aufgaben gucken guckst dann bist du sehen kann du das ist auch du und schottet noch zwei pokémon ein meganie megan hier möchte ich auch sterben sagt einfach nur ja ich erlöse ich ich erlöse dich ich erlöse dich von deinem leid ich löse dich von einem alter tangolos hat so viel leben ja aber dann langsam und haben uns eine hohe physische def aber er hat eine scheiß spätze das muss man bedenken bei tangolos physisch brauchst du dich kann ich angreifen mit einem mit rapida schätze ich probleme bekommen mit von luna ein meganie um letzte pokon ist rubel alle kobeller logo 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 ja okay die sie also wir haben immer mal wieder kämpft aber ich denke die super super easy sind und manchmal wer kämpft die hat echt schon ein bisschen schwerer sind wir kommen natürlich auch auf unseren auch an ja da hat er nur effekt nicht überleid die bürze gewesen so eine reflekt ist und wird light screen böse gewesen die habe du dann mit speziell tag mir schauen was ja weil es hat mir gar nicht um hatte noch ein kp und ich habe da auch für den einen kp sogar gut gemacht ja für legal hier aber für die sporen ach so das meinst du ja das bleibt ja stimmt ja aber so kann es ja trotzdem noch gehen so ich habe sechs attacken gebraucht glorak so glorak muss ich an anderen pokémon step denken wo die da aus dem gewisch raus kommen und tanzen ja du gehst du nicht so rax seems to be very happy der dance du hast sehr glücklich du solltest aus der hausse dich danke selber hauen und dann zu ihm der tag es konnte über die böse denken noch zack von oder tod let's go ja okay da sieht man sich was muss auch nicht die krassesten unbedingt frage soll ich jetzt raus gehen weil verwirrt und wenn ich mich für dich auch dann kannst du sterben ja du kannst du einfach auf turkis gehen du kannst auch wirklich gehen du kannst auch fliegen obwohl kann man eigentlich ja jetzt fliegen hat er noch eine runde mehr sich zu husten aber der wird so irgendwie pflanzen kann der kann käfer hier kreuzchen kann er haben das ist so normal muss man auf die rs ok wird sagen wird alles vielfach er ist neutral aber plus hier stopp okay geht dadurch dass es auf plus hier ist wenn wir nur sie mal die der menschen das geht dafür eigentlich ja jetzt super fäckte ja vor die woher hat sie gedacht so jetzt schiebe ich euch tot hier und hat sich das sind noch da kann bürger fliegen looks like and the rest selber weg was sie hatte was gesagt aber ich konnte das nicht mehr lesen weil weggegangen ist man allein das war halt eine sehr kurze folge bis jetzt soll ich noch was mal rein machen sollen wir die folge wenn man zwar nicht die arena kommt das nächste arena ist psycho machen wir mal eine kurze folge eine kurze folge ja ja dann machen wir feiern tier ich bedanke fürs einschalten ich wünsche allen auch schön dach bis zum nächsten mal tschiddaloo 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 genau macht's gut tschüss bis zum nächsten mal mit die du 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 Vielen Dank.